Herzlich willkommen hier auf dem Heitere-Gedanken-Kanal. Wir haben euch ja gesagt, wenn es Neuigkeiten zum gemeinsamen Bundesausschuss gibt, werden wir euch informieren. Und nun ist es soweit. Und nicht nur das, es ist während wir beim Patientenbeirat waren, schaut euch das Video unbedingt an, es ist in der Videobeschreibung verlinkt, kam noch eine weitere News rein. Denn das Bundessozialgericht hat ein Urteil gefällt in Bezug zur Kostenübernahme und den Anträgen dazu. Das schauen wir uns aber in einer weiteren News-Folge an. Abonniert dafür auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Aber nun schauen wir als erstes auf die Entwicklung im Fall gemeinsamer Bundesausschuss. Acht Verbände, die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, der Bund Deutscher Cannabispatienten, der Branchenverband Cannabiswirtschaft, der Bundesverband pharmazeutischer Cannabinoidunternehmen, die Deutsche Medizinal-Cannabis-Gesellschaft, der Interdisziplinäre Arbeitskreis Brandenburger Schmerztherapeuten und Palliativmediziner, der Patientenverband Selbsthilfenetzwerk Cannabismedizin und der Verband der Cannabisversorgenden Apotheken haben nun eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht. Dort warnen sie davor, dass Patienten jetzt wieder zum Schwarzmarkt gedrängt werden, wenn es schwieriger wird, Cannabisblüten verschrieben zu bekommen. Sie fassen kurz den Inhalt des Stellungsnahmeverfahrens zusammen und reagieren dann wie wir sehr erschrocken auf manche Aussagen, die dort getätigt werden. Einige Highlights waren, dass zum Beispiel Cannabisblüten nur noch mit einer extra Begründung verordnet werden dürfen und eigentlich Extrakte vorzuziehen sind. Generell sollen nur noch Fachärzte Cannabisblüten verschreiben dürfen, das heißt alle, die derzeit beim Haushalts behandelt werden, müssen sich erstmal einen neuen Arzt suchen. Und generell soll ein deutlich höherer bürokratischer Aufwand entstehen, Cannabis überhaupt verschreiben zu dürfen. So, dass sich am Ende der höchstwahrscheinlich gar kein Arzt mehr rantrauen wird, weil er so einen Aktenwirrwarr bei sich hat. Eigentlich haben wir uns ja alle erhofft, dass durch diese Begleiterhebung, in der immerhin 75% der Patienten, die teilgenommen haben, eine Verbesserung ihrer Symptome gespürt haben, dass sich dadurch ja ein bisschen was verändert, dass der Kassenvorbehalt fällt, dass die Ärzte vielleicht besser verschreiben können, dass es einfacher wird, nicht so ein großer Aufwand ist und man nicht so lange bangen muss, ob überhaupt die Kasse das übernehmen kann, wird, darf, soll, wie auch immer es jetzt ist. Aber davon scheinen wir jetzt noch weiter entfernt als je zuvor. Außerdem haben bei dieser Begleiterhebung lediglich 21.000 Patienten teilgenommen. Ihr seht also, diese Begleiterhebung ist gar nicht so repräsentativ, wenn man überlegt, wie viele Cannabispatienten es zurzeit in Deutschland gibt. Und nur mal ein Punkt am Rande. Bei diesen vielen Cannabisblüten, die wir im deutschen Apothekenmarkt haben und bei den sehr wenig Informationen, die Patienten und gerade Erstpatienten erhalten, welche Wirkweisen die gewissen Sorten haben und bei welchen Krankheiten sie am besten helfen, da ist es doch nicht verwunderlich, dass die Erstpatienten es nicht schaffen, direkt auf Anhieb die richtige Sorte für sich zu finden und deswegen in dieser Erhebung vielleicht auch das erste Mal unglücklich waren. Angenommen, er kriegt eine zu hohe THC-Sorte mit 25% verschrieben bei einer Symptomatik, die sowas eigentlich gar nicht fordert, hat dann starke Nebenwirkungen und wird dann in der Studie als jemand geführt, der, ja, hat nichts gebracht, ist schlechter geworden, schlimmer geworden, dementsprechend negativ. Dabei hat er einfach nur die falsche Sorte bekommen und wurde nicht richtig informiert, weder vom Arzt noch von der Krankenkasse. Ihr seht, wir haben viel schwerwiegendere Probleme als das zurzeit. Also liegt das Problem nicht nur an den Blüten, sondern auch an den Sorten. Dass falsche Sorten verschrieben werden und nicht, dass es halt einfach nur Blüten sind und kein Fertigarzneimittel wie irgendwelche Tropfen. Es gibt halt für jeden Menschen jedes Symptom, jede Krankheit unterschiedliche Sorten. Jeder geht nochmal individuell durch das Endokannabinoid-System unterschiedlich auf die Sorten an und dementsprechend ist es halt schwer, die richtige Sorte zu finden und dauert seine Zeit. Aber das dann direkt als negativ zu verbuchen in der Studie, ist halt schon sehr schade. Nun sind aber pünktlich zum 30. November 24 Stellungnahmen eingetroffen, über die sich der gemeinsame Bundesausschuss nun berät. Spätestens zu Beginn nächsten Jahres rechnen wir mit einem Ergebnis. Dadurch, dass der gemeinsame Bundesausschuss die Frist bekommen hat, sechs Monate, nachdem die Erhebung veröffentlicht wurde, ein Ergebnis zu präsentieren. Und dadurch, dass im Juni diesen Jahres die Begleiterhebung vom BfArM veröffentlicht wurde, muss also im Januar spätestens ein Ergebnis vom gemeinsamen Bundesausschuss vorliegen. Wir sind mal gespannt, was dabei rumkommt, denn wenn man sich mal die Liste von den ganzen Verbänden anschaut, die eine Stellungnahme dazu abgeben durften, die aufgefordert wurden, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, sind da leider sehr wenig Cannabis-Interessensverbände dabei und sehr viele andere Pharma-Interessensverbände. Aber leider wurden sich wenig von den Leuten die Meinung angehört, die auch am Ende, ja, die ganzen Erfahrungen die letzten Jahre direkt noch gesammelt haben und das mehr als 21.000 Befragte in dieser Begleiterhebung. Schreibt ihr mal unbedingt in die Kommentare, was ihr meint. Erstmal, wie fandet ihr die Stellungnahme? Das PDF findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und dazu, was ist generell noch so eure Meinung? Habt ihr Hoffnung, dass der gemeinsame Bundesausschuss sich vielleicht nochmal von unserer Meinung überzeugen lässt, dass sie es nicht erschweren sollten, an Cannabisblüten zu kommen? Und welches Ergebnis erwartet ihr auch einfach? Schreibt das mal alles gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt, was eure Meinung ist. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön heiter! Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch ein 20% Rabattcode für Terpens. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.